Schießt! Schießt auf! Du Lass, du Idiot! Schießt doch nur! Ich bin unten. Du warst? Ja, der war's. Ja, der ist tot. Kommt zu dir? Mhm. Wohin jetzt, Benji? Rund uns gebellt. Da reinen wir auch immer das Gäste rumrum. Ja, ja. Uh, ich hab was gehört. Oh, von vorne, oder? Gerade zu, ja. Oh, das ist ein Skeff. Das ist ein Spieler, Alter. Da drinnen in dem... Ja, ja, ja. Der hat... Wieso? Geil! Aber der lebt noch. Was, der lebt noch? Oder? Nö, der muss tot sein, oder? Ach, der lebt noch rum, ja. Was ist das? Direkt in die Fresse! Alter! Alter! Was ist da los? Aua, Aua, Alter, wir haben's geöffnet. Ich... Wo ist denn da... Wo ist denn da hin? Was war denn das? Oh, der sah aus wie im Mausenkäfig da drinnen. Die geraten sind. Und da rumgesprungen. Was ist das? Ich glaube, der ist ja runtergut. Der hat... Der hat's mir besorgt. Oh, der hat doch gepackt. Geil! Aber ich glaube, der lebt noch. Was, der lebt noch? Oder? Nö, der muss tot sein, oder? Ach, der liegt hier rum, ja. Wie ist... Ja, das... Alter, der war... Was ist das? BAA, die rekt in die Fresse! Wo ist er denn hin? Der ist noch. Wo, 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 wo! Kannst raus, Klaus, kannst schon raus. Geh schon mal raus. Wo, wo er, wo! Nicht, dass er dich noch über den Haufen schießt. Das ist gerade passiert. Das war er. Was, das war er? Das ist er, ja. Wo bist du? Ja, da wo wir gerade waren. Ich komme. Da ist er. Oh, da lädt er ewig lange noch. Au, verliebt ihn, verliebt ihn mal zurück. Nein! Schieß, schieß, schieß auf, du Lass, du Idiot! Schieß doch nur! Hallo! Ich sehe es gerade in deinem Stream. Oh, hast du den? Super! Nein! Nein! Jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn! Der scheiß Skeff, Alter. Er hat einen Fass gehabt. Er hat einen Fass gehabt. Geil. Hoppe! Er ist tot. Hoppe, du! Er hat einen Skeff erschossen. Ne, ein Spieler. Da war ich, mach ich! Der Quandt quack doch ins Skeff oben. Ne, oben im Gang ist ein Spieler. Genie, da! Die sind immer scheiße. Das ist aber das kacke. Mhm. Ich hab ihn. Was? Ich hab keine Munition. Nein! Axt! Axt! Ach! Axt! Ach! BAH! Arsch mir tot. Oh, scheiße. Das ist der Skügel. Ich glaube es. Oh, scheiße gespawnt. Aber richtig. Mazaretta ist mir froh. Den kreuen wir uns. Erste. Geh links, rechts. Er hat mir einer gepresst, Mann. Leg hier um. Er ist auch bloß ein Hätschlingarsch wie wir. Tötet ihn. Ey, ich bin tot. Was ist das? Ich auch. Was hat denn er? Ey, der hat uns alle drei umgeniedert. Nicht so, der erste Erko. Von der anderen Seite. Der hat gerade vier Leute getötet. Ey, ich habe 139 Schaden gemacht bei ihm. Wer bietet mehr? Ey, der hat mit einer Pistole. Der hat mit einer Pistole. Das war eine verbotene Waffe. Warte, ich renne wieder runter voran die Treppe. Du, hier rennt das los. Treppe. Ich bin da im Watt. Oben im Büro ist ein Splayer. Ja. Ich bin... Mit Cowboy-Hut. Ja, quatsch mich voll. Da können wir mit Cowboy-Hut hin. Wissen, wohin gerannt ist. Ich habe ihn umgebracht. Ich bin oben im Büro, ne? Ja. Ich komme... Ja, jetzt mal hoch. Ja. Gucken wir an und... Ist es einer an der Bridge von euch? Endlich habe ich einen Arm hoch. Nee, nee. Alter. Mach's dir auf! Mach's dir auf! Mach's dir auf! Danke. Bitte. Andere Seite. Andere Seite, wo wir hergekommen sind. Ja. Was, wo wir hergekommen sind? Ja. Ja. Hinten auch noch. Hinten... Hinten ist ein Spieler bei mir. Ich komme jetzt zu dir. Er hockt da. Aber ich schmeiß noch eine Flash. Hä, was war denn das? Hä? Was war das denn? Ich auch. Hinten auch. Wieso ist das denn... Ich sehe nicht mehr Benji. Du musst... Ich kümmere dich. Da kommen zwei. Hä? Wie schwinge wir... Du dein Flash hättest. Hä? Wieso? Wieso? Ist die losgegangen, Alter? Ich habe den Sprint raus. Ja, da. Wo ist der? Ich sehe nichts. Wirklich auf der Erde oder was ist da los? Ja, da. Was? Das ist doch keine Flash gewesen. Oder ist alles grün hier? Das war eine Flash. Oder einfach eine. Hä? Was ist denn das? Bin ich nicht... Ach... Ne... Was? Ich... Achso, ich habe nach oben geguckt. Achso... Jetzt... Jetzt ist es wieder... Ah, ich habe die ganze Zeit an die Decke geguckt. Ja! Ich weiß, wie du da standen zu sein. Das ist lustig. Was war das denn? Ich auch. Wieso ist es nicht extra... Oh ja, hinten guckt! Ich sehe nicht schwer, Benji. Du musst... Über dich. Da kommen zwei. Wie schwinge wir... Du dein Flash hättest. Hä? Wieso? Wieso? Ist die losgegangen, Alter? Ich habe den Sprint raus... Warte. Wo ist der? Ich sehe nichts. Liege ich auf der Erde oder was ist da los? Das ist doch keine Flash gewesen. Oder ist alles grün hier? Herr Röhr, nicht einer geht noch. Doch. Ja, vielleicht muss ich das morgen wieder mal runterladen. Aber dann ist auch wirklich Schluss. Wie ist die, Alter? Äh... Frau Hansen! Frau Hansen! Oder? Ja, ich glaube. Ja, wir müssen noch etwas Frau Hansen! Frau Hansen, ja! Ach, Herr Röhr, einer geht noch. Jo. Ist gut? Ist auf jeden Fall gut? Hier unten laufen sie, wie du... Oh nein! Da stehst du! Minus! Hö! Komm, ich habe noch mit Roll microscaut! Oh! Einmal noch später. Let's keys. Alter, sehen Sie dir aus? ich bin ja wir wissen ich habe ihn umgelegt Achtung, da kommt was, da ist ja unten was an dem Treppenhaus Entschuld Nächst Klaus Hier hinten ist doch einer Ich habe ihn Alter, ich habe ihn umgelegt Geh mit dir zu Da kommt der Nächste Alter, ist hier ein Nest oder was? Geh mit dir zu Klaus 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 Alter Klaus 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 Wahrscheinlich von der anderen Seite, weil die nur in die Richtung abgehen. Ich renne davor. Na dann, Feuer frei. Mann, schau wieder hier in die Bude rein. Was ist denn das? Wieso bleiben die immer an der Tür hängen oder was? Wer nimmt auch ganz wild... Als ob die hier an der unsichtbaren Tür abprallen, das gibt es doch gar nicht. Die habe ich doch rausgeschmissen oder was? Das ist ein Dunst, falls ihr das drin habt. Musique Bis zum nächsten Mal.